Wer Buckler fechten kann, der kann auch mit so einem Ding fechten. Und wie wir das jetzt umgekehrt machen, nachdem wir eben zuerst Buckler fechten gelernt haben und anschließend Dreieckschiff, das sieht dann so aus. Ich habe es nicht gesehen, aber er hat mir den Hals geschlagen. Ich habe es nicht gesehen, ich habe es nicht gesehen, ich habe es nicht gesehen, wenn ich dann den Hals versuche ich zu mir, gerade wieder pensionstät seen und ich bin über Sie installed die Hals hermit hope, ab jetzt eben noch semaine. Mit man sch axle Belt Falen muss man sich, wenn sie Das ist ein Eifkick. Gut. Okay, dann habt ihr ungefähr einen Überblick bekommen, wie das Pech unserer Meinung nach aussieht. So, dann habt ihr einen Überblick bekommen, wie das Pech unserer Meinung nach aussieht. So, dann habt ihr einen Überblick bekommen, wie das Pech. So, dann habt ihr einen Überblick bekommen, wie das Pech. So, dann habt ihr einen Überblick bekommen, wie das Pech. So, dann habt ihr einen Überblick bekommen, wie das Pech. So, dann habt ihr einen Überblick, wie das Pech. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020